U1-Sperrung am Samstag. Am kommenden Sonnabend wird die U1 von 6 Uhr bis 21 Uhr zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Wandsbek-Markt voll gesperrt. Die Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Hintergrund der Sperrung sind letzte Baumaßnahmen an der U1-U3-Doppelhaltestelle Wandsbek-Gartenstadt. Bereits am 1. Dezemberwochenende wurde die letzte von vier neuen Brücken an der Station eingehoben. Ab dem 22. Dezember können U1 und U3 die Station wieder uneingeschränkt anfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017